Es wird natürlich Wellen schlagen, was wir jetzt hier besprechen, Herr Aigner. Das ist Ihnen klar, ja. Ja, was heißt Wellen schlagen? Größer können die Wellen nicht sein, wie sie seit ein paar Wochen, Monaten geht es ja schon und die Ereignisse haben sich in den letzten Tagen zugespitzt. Und ja, bitteschön, dann schlägt es halt noch eine Welle. Ich bin der Geringste in diesem Spiel. Was wusste denn Franz Weckenbauer davon? Oder was weiß er? Ja, ich muss sagen, es tut mir furchtbar leid, weil der Einzige, der wirklich nichts, aber auch wirklich gar nichts damit zu tun, ist der Franz selber. Es ist eine Tragödie. Ich dachte, dass das geräuschlos über die Bühne geht, aber er tut mir wahnsinnig leid, weil der Franz hat nichts, aber auch wirklich gar nichts damit zu tun. Oder was weiß er? Ja, ich muss sagen, es tut mir furchtbar leid, weil der Einzige, der wirklich schlägt sich nichts, aber auch wirklich. Es wird natürlich Wellen schlagen, was wir jetzt hier besprechen, Herr Aigner. Das ist Ihnen klar, ja. Ja, was heißt Wellen schlagen? Größer können die Wellen nicht sein. Ja, bitteschön, dann schlägt es halt noch eine Welle. Ja, ich bin der Geringste in diesem Spiel. Was wusste denn Franz Weckenbauer davon? Seit, ich weiß nicht, ein paar Wochen, Monate geht das ja schon und die Ereignisse haben sich in den letzten Tagen zugespitzt. Ok, ja, gerne. Ich jätteguliere. Ich weiß, es könnte dann deutlich hơn, was wirft gerade dass er noch stattfindet werden.